Musik Diese Übung trainiert die Geschicklichkeit und Koordination des Standbeines im Sprung- und Kniegelenk. Zudem wird die tiefe Rückenmuskulatur aktiviert. Die Durchführung erfolgt als Einbahnstand auf weichem Untergrund, zum Beispiel einem Handtuch oder einem Kissen. Bei Unsicherheit kann die Übung auch auf einem festen Boden zunächst begonnen werden. Das nicht betroffene Bein wird nach vorne angehoben, die Fußspitzen angezogen. Der Oberkörper bleibt aufrecht und die Position wird für 15 Sekunden gehalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017